Weil es passt halt einfach nicht. Ja oder die haben es sich vorher ausgedacht. Also wie sie es machen wollen. Und dann haben sie jetzt halt noch die Aider irgendwie am Ende eben hingefragt. Weil sie gewusst haben, dass sie die brauchen, aber die haben sich keinen solchen Charakter-Velik gehabt oder so. Ja, das ist aber halt ein wenig ein Problem. Wir waren hier schon. Wobei die haben sechs Jahre in dem Spiel ergeblich entwickelt. Das ist schon krass. Ja gut. Oh Mann. Diese scheiß Viecher. Hierfür wird mehr als ein Handabdruck notwendig sein. Ich brauche Strom, wenn ich diese Torpedos benutzen will. Alter bist du schnell. Okay. Ist schon Mission reloaded. Wird mir interessieren, wieso wir ja vorhin verreckt sind. Hier müssen wir nicht raus, oder? Hier müssen wir halt kurz Luft holen, glaube ich, oder? Nein. Nein. Okay. Alles gut. Was sind wir hinten? Hm, so ist schon richtig. Oh mein Gott, jetzt stehe ich hier drunter. Da ist ein Hebel. Aber ich kann in diesem Hebel nichts tun. Aber ich möchte zurück ins Wasser. Nein, tut das nicht. Okay. Strom ist da. Mal sehen, wie viel Überzeugungskraft nötig ist. Überzeugungskraft. Achso, wir sind wahrscheinlich wegen den scheiß Viech hinten gelaufen. Noch eine Maschinen begann, die ich wieder verwendet habe. Ärger Scott und den Pferd am Ende wird. Damit zeig ich ganz schnell die Zwang. Ich faszinier mich auch zusammen. Oder, was ich faszinier mich, eigentlich nenne. Auch ein Meister. Also, dass ich sie nicht vergessen. Oder, was sie auch jetzt warst, Aber, das ist das sein, was wir jetzt losgehen. Aber, weil einige Börse super. Auch,. Ich versuche die Laureate. Eineço Allmache. Ja. nur schon was mit der Kamera los hallo Portal was machst du da? jetzt ich kann nichts tun der ahndet wo ich bin da ist noch eine Kiste die haben wir noch nicht aufmacht aber rat mal wer das Ding wieder nicht aufmachen hätte können der Käpt'n oh ne du hast der Agent wir können noch bei 2500 Fuß Tiefe sofort evakuieren Okay, jetzt ist gerade ein bisschen Skyline DPR hier im Ort vorbeigefahren. Warum weißt du das? Man hört es, wie er klingt und wird dann rausgeschaut. Cool. She's here, she's here for us now. Es explodiert.